Nacktermann Hilfe! Poseidon SM3 sagt Mit dem Ding kannst du da nur so zupiksen oder kannst du da noch was? Ne, kann nur zupiksen Das ist ja doof Was machst du denn jetzt? Möchte auch mal piksen Nicht gepikst werden, piksen! Achso Ich bin der aktive Part, gib her Ja, Moment Sagen wir erstmal wieder Hallo Hallo Sagen wir mal Wo sind denn eigentlich die ganzen Eisenvorkommen? Sind die wirklich nur da hinten jetzt und unten? Ja Rennt doch nicht bis zum Ahr der Welt, ihr könnt mithelfen Ja, wartet doch mal ab Der Maik hat ja schon ein bisschen was drin geschmissen Einmal festhalten Drücken Und dann loslassen Das schaut ja auch komisch aus Ja, ne? Wenn du den In der Ich-Perspektive In der Ego-Perspektive festhältst und rauskrollst Dann hast du den in dir stecken Hm Musst du mal gucken, wie effektiv das Ding ist Ja Achso geht das nicht? Okay Na Legs ab So Jawohl Bei Schwert und Schild Ich schau mal Wo ist ein Feind? Ein... Känguru Wenn du eins findest? Nein Eine Wühlmaus Wenn du eine findest? Mit schwerem Leder Ja Also sowas wie Nashörner Na toll Wir müssen mal wieder Nashorn fangen Wo sind sie? Welch? Kommt her Den Nashörner Hm Sonst ist immer eins da Ja die spawnen wahrscheinlich jetzt auch langsamer nach Da spawnen ja alles an, gefiech, langsamer Hä Einschlag und so eine alte Tröte hier ist weg Was für eine Tröte? Ja hier so eine Schildkröte So eine Gans Keine Ahnung, wie heißen sie hier? Ein Strauß? Ja, genau Eine Gans So eine Gans So ein Wundersperr haben Eine Gans Eine Gans Einschlag Weg Oh Das ist nicht schlecht Guck ich mal was er sagt Hier gegen so einen Den großen Skorpion Ach Ne Steht da Und wartet drauf Gekillt Wir haben Mir dreht sich hier einer gerade immer wieder im Kreis So ein Skorpion Komm her ich erlöse dich Mal gucken Im Krieg Wir haben halt einfach kein Stahl Beziehungsweise kein Stahlfeuer Rot ist er Drei Schläge Und ich bin tot Weil er mich vergiftet hat Der Sack Ja du hast keine Rüstung nix Ne Sag da Und wie schnell hattest du ihn tot? Also dreimal musste ich Treffen Ist auf jeden Fall effektiver wie das Schwert glaube ich Ich glaube auch Da hast du ja ein paar Mal drauf rumgehauen Da hast du ja ein paar Mal drauf rumgehauen Mhm Also Jetzt schnell wieder zu meinem Gerätschaften War ja nicht viel So So Hopp Hm Wie machen wir das jetzt? Wegen Sklavenfang und so Du hast ja überhaupt nichts mehr an Ausrüstung oder? Ich habe gar nichts Meine Ausrüstung haben die ich anhabe Das wäre nicht schlecht Aber du Da müsste noch ein bisschen repariert werden Ist eine Medium Harness Medium Ausrüstung Musst mal gucken Irgendwas Medium mäßiges ist noch in der Kiste hier unten Ich bin ja gerade an meinem Meinen Körper wieder Medium Harness Ist noch einer hier in der Kiste Und Medium Harness Genau Ein Harness und einmal Schuhe Die sind noch da Yeah Ja Warum brauchen wir ja auch erstmal nicht so wirklich Nee Nee So Bin da Wer noch Wo? Unten in der Kiste oder wo? Ja Ja Ich bring gleich noch ein bisschen Eisen mit Wenn ich hochkomme Mhm 59 mal Rinde Jo Dann brauchen wir zur Rinde Mit der Haut Und 20 mal Haid Brauchen wir auf jeden Fall immer Haid Ja Also ich habe 34 Haid Gerade Geholt Komm jetzt bau das Ding fertig Komm Wir brauchen eindeutig ein paar Handwerker und so Ja So Wir brauchen das Fleisch wieder weg tun So Ich habe hier noch einmal ein Hanisch und Schuhe Die packe ich auch wieder da rein Medium Medium Da ist noch was Das kann ich noch reparieren Dann haben wir zumindest einer hat dann ein komplettes Medium Set Also mittleres Also ich habe jetzt den Medium Hanisch und Medium Boots habe ich mit der Haut genommen Und jetzt ist nochmal Kopf und Röckchen Kopf und Röckchen Kannst du dir da auch noch nehmen Dann Können wir Sklaven fangen Wo sind die? Wer? Kopf und Köpfchen? Na da in der Kiste Hier unten Ich meine sie krabbelt hier gerade hin Ja Schwer mit der Tür Schaut auf jeden Fall interessant aus Ich komm Ich will einfach nur diese verdammte Tür und komm nicht rein Dann geh halt einfach so Hops Einfach hops und dann springt die Figur bei mir wieder an die Wand Ja Dann hat Valat nochmal ein Set dann kannst du deins glaube ich behalten Der ist aber schon ziemlich kaputt Was brauche ich zum reparieren Ist du das jetzt so? Eisen und Leder ist oben in der Werkbank alles drin Die geradezu wenn du in die Treppe hochkommst? Ja Ich bräuchte ein paar Schühchen Ich habe keine Schühchen mehr Die herstellen? Nein Schühchen? Sind doch da drinnen Wozu? Achso Na Äh Na Müsstest du mal da raus Ja Dann werde ich wissen Ich glaube Ich bin soweit Bis auf Hände 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 Na ja gut Dann Kannst du meine haben? Lass mich mal da rein Dann lege ich die rein oder Mann du gehre auf Komische Kiste Oh Ey Ich hasse das 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 So Moment Jetzt muss ich erstmal meine ausziehen Oh Ja Zieh dich aus Kleine Maus Mach dich nackig Müssen aber repariert werden Ach Dann legt sie wieder unreparierte Sachen rein Ja Schloch halt echt ey So Leg drinnen Ja Dann geh 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 Was wollte ich denn jetzt machen? Achso Ich wollte sie nach oben bringen Wir wollten Sklaven fangen Was sind denn wir hier dran? Für welche? Was? Was sind denn wir Sklaven dran? Was müssen wir denn haben? Also einen neuen Tänzer? Warum sind denn hier in der ersten Forge Steine drin? Genau Weil das unsere Steine Forge ist? Nein Die allererste ist unsere Eisen Forge Nein Die mittlere ist unsere Eisen Forge Die war immer von der Stein Forge Die mittlere ist die Eisen Forge Die rechte ist die Stahl Forge Aber hier liegt sich jetzt tatsächlich nur noch eine Säge Das ist geil Ich seh die nicht mehr Okay Oder ist Ihr seht die noch ja? Ich seh die noch ja Okay ich nicht Ich seh nur noch die Säge hin und her da Das ist doch ein tolles Ding Das ist eine Automatiksäge So kommst du mit Lallard? Ja Nimmst du dir ein Stück mit? Ich müsste mal was trinken So und einen Schluck Essen Ah dein komischer Priester hat aber jetzt wieder Hände und Füße Die hat er das letzte Mal nicht gehabt Guck mal Jawohl 10 Zwirn und 20 Hyde Okay Oder habt ihr jetzt noch irgendwo Schlauch übrig? Ähm Weiß ich nicht ob der einen Wallard rausgenommen hat Den hab ich jetzt rausgenommen da Dann ist keiner mehr übrig Wo hatte ich da? Haben wir nach unten Zwirn drin gelassen? Oder? Wahrscheinlich nicht Ich kann ja mal die Haut hier lassen Ja Die Tierhaut Na schön, na scheine hier wieder So Ist es soweit? Wo wollen wir denn hin? Welchen? Welchen Lager? Die Große Ja Wollen wir sagen mal guten Tag? Haben wir doch schon Wir sind schon wieder in der Mitte der Folge Wir haben guten Tag gesagt Wie wir Holz und so gemacht haben Ja Dann sagen wir noch mal Hallo Ein mittel hallo Ein mittelderes hallo Wo bist du? Bist du schon weg? Ich bin hinter dir Ja warte mal Ich will den mal da testen diesen Knaller da Eins Zwei Zwei Da hinten ist noch einer Den greife ich mal mit meinem Schwert an Mal gucken im Vergleich Mhm Eins Zwei Drei Vier Okay Macht einen Unterschied Macht einen Unterschied Mal sehen was Ob ich den jetzt mit einem Schlag hier kriege Nein Aber doof gefällt hat er Das kann doch noch nicht Aua Hätte sein können Aha So Also kannst du die jetzt gut wegmorschen Wenn sie uns nerven Ja Und die dürften jetzt eigentlich auch langsamer spawnen Ja Wollen wir mal hoffen ne Dass wir da mal klarkommen da Also da ist auf jeden Fall ne Tänzerin Die kommt Die kommt Die kommt Die Tänzerin die kommt jetzt Die mal leben lassen Mal gucken Ja Wie schaut sie aus? Bei einer Einser Ahja erstmal mitnehmen Ja So kannst du eintüten Kann ich eintüten Oder ist sie tot? Ist sie tot? Ich seh das nicht Ne Aber wir brauchen das Seil Na hast du nicht mitgenommen? Ne Ich glaub die ist tot Ne die bewegt sich Aber ich kann die nicht eintüten Doch ich kann die eintüten Aber das Ding ist weg Die Anzeige Hä? Dann schmeiß ich dir mal hier das Seil hin Und du bringst das Seil aus der großen Aus dem großen Sklavenrad mit Ja Das machen wir Guck mal ob die noch lebt Ich seh nix ob die noch lebt Also ich nehm jetzt die 3 Und dann muss ich den E ne? Ja Aber früher stand doch da immer noch Text und so Ah jetzt steht was Ja Ok Hängt Hängt Hm In dem großen rein? Oder sind alle frei ne? Packst du ins große erstmal ja Die wichtigen erstmal ins große Ja So Ja Ist sie jetzt hier drin? Ja Vorsicht nicht Nehm ich mal das zweite Seil mit Ja das ist Denser ist drin Soll ich die gleich reinschmeißen? Ja schmeiß an Im Warteschlang Oder wie Ach ne ein 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 Ön Warum stellen wir denn so viel Glas her? Weil wir es können Genau Kannst doch wieder Zeit gegen Steine austauschen wenn du Steine brauchst Ne ne Okay Ich bin jetzt zu Teuer brauche ich jetzt zu viel Ähm Eisen da noch diese Stahl Dinger und die brauchen wir jetzt erstmal anderweitig Mhm Wir hatten doch in der Höhle die 5 Millionen Kristalle gefunden Mhm Oh Dieser Dieser wahnsinnigen Vielen Na ich wüsste jetzt nicht was was sonst mit den Kristallen macht Wo bist du denn jetzt? Ich bin da drinnen Oh Bist du da unten? Uaaaaaaaah Jetzt bin ich wieder da oben Wo denn? Ach da Da kommt nämlich was Brauchen wir den? nein was bist du weiter weg hast du deinen deinen salam lakum ding dabei habe ich auch nicht dann machen wir das nächste mal den salam lakum aber den bräuchte ich ja am bros ja wäre nicht schlicht und immer schön reingucken da ist noch ein dingens hier so ein bogenschütz ein bogenschießer ein bogenschießer gucken wir mal welches level das bist du zwei nehmen wir mit ein tüten ach so die tüte aber auch eine tüte ich höre hier noch ein bogenschützer bringst du den nach hause und bringst dann gleich dein salam lakum ding mit genau weiter was bist du archer stufe 1 brauchen wir nicht weiß ich nicht wenn du den jetzt fertig machst aber nicht in der stufe höher ist irgendwas glaube ich läuft dir hinterher es schaut aus wie ein jäger bogenschütze ja hier streicht einer auf unser lager zu level 1 brauchen wir nicht ist tot brauchen wir für irgendwas serpent venom glad irgendwelche giftrüsen haben wir uns aber nicht im herzen und dann muss man gucken in dem stahl eben sowas keine ahnung Was bist du denn? Weiter. Brauchen wir nicht. Wer beschießt mich da? Ich nicht. Ich bin jetzt gerade drin. Aber ich muss mir erstmal so ein Messer bauen. Ach, da oben steht er. Der oben auf der Balisade. The Den. Gut discovered. The Den. Also dieses Ding da neben uns heißt Den. 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 Ja, wenn es Den. Den heißt. Den. Den. Musst du jetzt runterfallen? Die Tode Leiche ist einfach runtergefallen. Nee, nee. Ich geht nicht. So. So. Fertig. Wo bist du? Zuhause? Unten am Haupteingang. Bei der Basis da. Beim Den. Beim Den. Dann komme ich da mal hin zu den Den. Dann komme ich den da mal hin. Kann man das auch? Nee, das kann man nicht klein hacken. Beim Haupteingang sagst du? Ist das hier? Weiß ich nicht. Moment. Ja, hier. Gut. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bis denn denn. Ja, tschüss. Denn dann dann. Denn dann. Denn denn.